Oh, Entschuldigung. Ah, jetzt kriege ich auch noch eine Sache voll in der Deutsche. Ja. Auszieht. Noch geschafft, aber der hier scheint auszusein. Wolltest du hier hin hoch? Oh, ja. Wir müssen diesen Schalter gedrückt halten. Na, bist du runter? Äh, ah ja. Da oben ist ein Haken. Na dann. Und, äh, adio. Sehen Sie nicht nach unten. Sehen Sie nicht nach unten. Geh doch mal da runter. Ah, endlich. So, jetzt muss ich rüberkommen. Ja. Warte mal. Ich, äh, ich, äh. Seht das jetzt hier? Na, schade. Ähm. Ja. Da muss er mir, dich hochklammern. Ja. Ja. Ah, nur ob das geht. Boah. Okay. Ja. Geh jetzt rüber, glaube ich. So. Ach, guck mal da unten. Na, für schön. Ding nicht. Ich muss mal kurz darüber nachdenken. Ich muss mal kurz darüber nachdenken. Ja. Dann denk du mal. Hm? Da geht aber nicht weiter. Komm. Der steht hier. Ach. Na, die Kugel muss auf jeden Fall hier hoch. Ja, warte ich hoch. Wir sind fast am Ziel. Wir haben das Feuer beinahe bis ans Ende gebracht. Ne, du musst hier hoch, glaube ich. Ja. Ja, ich komm jetzt. Und mit der Kugel komm ich gleich mit. Ne, du kriegst ja da dich hoch. Was? Wenn man einen Boom macht? Wenn das oben ist? So? Ne, ich werde dich hochhangeln erst mal. Ach ne, klar, nicht wahr. Ne. Dann musst du mich dann hier hochhangeln. Na, stimmt. Weiter zum... Aha, gut. Hangel, 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 hangel. So. Gut, dann musst du hier hochbewegen. Und ich muss noch mal runter. Aber was für ein Team du etwa? So. So, das brennt erst mal. Jetzt kann ich da rüber springen? Ne, da muss ich rüber hangen. Ja, wo... Wenn du springst... Ne, wenn du springst, ist das ja aus. Mit Feuer. Ja. Ja. Was ist das denn? Ah. So, warte mal. Aha. So. Ne, du musst da rüber. Du musst ja... Du musst die goldene Kugel da... Ähm, ja. Dann spring ich. Guck mal, da geht noch was hoch. Ah ja, okay. Ähm. Ja. So, jetzt haben wir beides offen. Du musst dann diese Feuerkugel hier irgendwie hoch. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, guck mal da hinten. Oben ist so ein Bauchding. Du weißt doch den? Na ja, guck mal schnell den. Wie kriegt man denn das Feuerding jetzt da hoch? Feuerkugel. Eigentlich nur hier. Weil der hoch genug geht. Guck mal. Da geht der bis oben. Und da müssen wir die rüber... ...explosieren lassen. Ja, ich komm das mal rein. Oh, in der Ecke. Da müssen wir die rüber explosieren lassen. Also du musst auf jeden Fall drüben aktivieren. Oder unten. Dass die... ...pfeile da unten sind. Genau. Und jetzt die Kugel holen. Mhhh. Und da müssen wir die rüber... ...ähm... ...mit den Nate rüber machen. Und drüben muss die einer schnappen. ...und da müssen wir die rüber machen. Ja. 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 Oh, fuck. Stimmt, ich muss ja drüben, oder? Nein, nein. Du musst erst die Gitterstäbe wieder wegmachen. Oder du musst erst die Kugel hochmachen. Ja, mach erst die Kugel hoch. Und dann die Gitterstäbe weg. Ja. Ha. Entschuldigung. Ja. Ja. Ja, mach. Egal. Warte mal. Ich spring mal zuerst rüber. Damit du es schnappen kannst, ja. Ja. Sehr schnell. Schnapp. Ja. So, warte mal. Mhhh. Kann ich warten mal. Dann kann ich lieber rinrollen. Roll die mal rin. So. Ähm. Heute ziehst du mich dann hoch, ne? Ja. Dann haben wir das alles... Dann haben wir das alles gegessen. Boah. Dann geht's mal weiter. Ah, schau. So. Halte die Kasse. Boah, hast mich voll erwischt. Und tot. Boah. Wir müssen diese Schächte irgendwie anziehen. Boah. 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 Ja. Boah. Aber ich habe die irgendwas anziehen. Gong. Und die Zusatzüchte da jetzt mal durch die Tür. Boah. Ja, bin dabei. Ne, die greift nur den Haken. Na klar kommt das auch so hoch. Ja, vielleicht kommt es auch so hoch. Auf den anderen Stellen. Äh. Links ist noch einer. Ach da. Aber bringt irgendwie nichts. Das muss ja nicht erst anmachen, ne? Ja, weil du kommst ja so wieder rüber. Hoch meine. Oh, scheiße. Da will irgendwie nicht gehen. Warum auch immer. Ach, warte mal. Ah. Oh, scheiße. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kann ich hier oben drauf stehen bleiben? Oder muss ich? Sollte ich. ich weiß nicht so geht das nicht ach so du musst hoch da so jetzt so wir müssen alle wir müssen alle aktivieren überall drauf ne, sieht alles wieder aus dann so, jetzt ist der an wenn ich auf den anderen gehe dann geht der an natürlich na, muss ich hier teilen bitte, denk hier unten ja, muss ich auch anmachen naja, mach ich ja gerade ne, geh nicht mehr auf den das rechte ruf das rechte zack so und jetzt lassen wir alle an ne, bleib mal drauf ja, wenn ich drauf gehen, bleibt die da trotzdem aus ne, ne, ne geht das mal alle dann und du kannst dann da rüber ja ja oder ach doch ne 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 Oh, jetzt ist er dran. Hm, irgendwie nicht. Oh je. Und das was, wenn du mal ne Kugel hast? Hm. Ja. Ja. Nein. Scheiße, das ist der Tischmüller. Hm. Was ist das denn wieder vom Bastel falsch? Oh, da ist noch was vergessen. Ach, du bist. Haben wir nichts vergessen. Das muss alles an sein. Geh mal auf das linke Ding drauf. Ah, scheiße ey. Warum bin ich denn der Tisch wieder nicht? Oh, warum geht das jetzt da? Ich hab keine Ahnung was ist das. Ganz schnell weg. Wo ganz schnell weg? Nee egal. Äh. Ja. So, jetzt aber noch mal hin. Guck mal da ist so ne Kanofe. Zack. Ralf kommt so ne Kanofe. Jetzt aber direkt hier. Nehmt die Weine in die Hand. Schnell. Noch sind wir nicht frei. Weiter. Nein! Nur noch etwas weiter. Wir haben es geschafft! Oh yeah! Zurück zum Schrein! Boah, Alter! So, zurück zum Schrein. Aber hier ist was. Da drücke ich mal weg. Herrlich! Also, äh, Croft! Kata, damit eine Sache klar ist, egal was Sie mich gerade fragen wollten, die Antwort ist Nein! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.